Was ist mit ihr? Kapitel 36 Auf dem Weg zum Gryffindor-Turm liefen Hermine und Ginny vielen anderen Schülern entgegen, die sich gerade auf dem Weg in die große Halle zum Abendessen machten. Keine der beiden verspürte jedoch den geringsten Anflug eines Hungergefühls. Das Picknick war einfach fantastisch gewesen und die Hauselfen hatten sich mit dem Essen wieder einmal selbst übertroffen. Ginny hatte nämlich bei eben diesen das Essen für Hermines Geburtstag bestellt und die kleinen Helfer hatten sofort zugestimmt. Sie freuten sich darüber, den Schülern von Hogwarts zu helfen, zu dienen. Und gerade das war es, was Hermine nicht verstehen konnte. Wie konnte man sich darüber freuen und noch dabei glücklich sein, wenn man jemandem diente? Sie schüttelte diese Gedanken schnell wieder ab. Sie würde sich nicht noch einmal so in diese Sache hereinsteigern wie in ihrem vierten Jahr. Von Blaze und Draco hatten sie sich schon in der Eingangshalle verabschiedet und Hermine hatte Draco auch nur davon überzeugen können, dass er nicht mitkommen musste, da sie von Ginny begleitet wurde und somit nicht alleine ging. Außerdem wäre es ein sinnloser Weg für ihn gewesen, denn er musste schließlich in den Kerker. »Ich bin froh, dass du doch picknicken wolltest«, meinte Ginny plötzlich und brach somit die Stille. »Und ich bin froh, dass du mich von Anfang an dazu überredet hast«, antwortete Hermine grinsend. Ginny erwiderte ihr Grinsen. »Ja, das stimmt schon. Und sag mal, Hermine, ist da eigentlich heute irgendwas zwischen dir und Draco gelaufen?« Ginny's Augen funkelten vorfreudig. »Nein, wieso?« antwortete Hermine, nicht ohne ein wenig Enttäuschung in der Stimme. »Ach, keine Ahnung, es war heute irgendwie so... anders zwischen euch.« »Ja, da hast du tatsächlich einmal recht«, Hermine grinste. Sofort dachte sie an die ganzen Momente, die sie heute mit Draco erlebt hatte. Vor allem an den vor McGonagall's Büro, als sie sich beinahe geküsst hätten. Plötzlich spürte sie ein unbekanntes Gefühl in sich aufwallen. War es Sehnsucht? Sie glaubte schon. Und wie sie sich danach sehnte, ihn zu küssen, ihn zu berühren und zwar mehr als nur an seiner Hand. So schön der Moment auch gewesen war, so schrecklich war er für sie. Denn er erinnerte sie an das, was sie nicht haben konnte. »Was ich nicht haben darf«, flüsterte eine Stimme in ihr. Sie konnte nichts daran ändern. Das hatte sie schon zu oft versucht. Vergebens. »Hey, was soll das denn heißen?« empörte sich Ginny. »Ach, nichts«, sagte Hermine und verspürte ein gewisses Triumphgefühl dadurch, dass sie Ginny vom Thema abgelenkt hatte. »Ich habe öfter recht. Ich hatte recht damit, dass das Picknick eine gute Idee ist. Ich habe recht, wenn ich sage, Ronald ist ein Schwachkopf.« Hermine unterbrach Ginny, indem sie laut lachte. »Und ich habe...« »Hallo, ihr beiden«, sagte plötzlich eine verträumt klingende Stimme hinter ihnen. Hermine wandte sich um und sah Luna. Sofort fühlte sie sich schlecht. Ihre letzte Begegnung war nicht gerade gut verlaufen und es tat ihr immer noch unendlich leid, dass sie Luna einfach hatte stehen lassen. »Hey, Luna, wie geht's dir so?«, fragte sie. »Mir geht es sehr gut, abgesehen von den ganzen Schlickschlupfen, die mich andauernd verfolgen.« Sie lächelte. »Aber sie holen mich nie ein. Und ich sehe, dir geht es auch besser. Oder, Hermine?« Hermine brachte nur ein Nicken und ein zaghaftes Lächeln zustande. Meistens war es so, dass sie von Lunas Art überrumpelt wurde, aber nicht im Negativen. Sie wusste nur nicht, was sie sagen sollte. »Ich sehe viel weniger Spiritumbras um dich herum.« Luna deutete vage auf Hermine. Ginny warf dieser einen Blick zu, in dem eindeutig stand. »Von was beim Merlins lila gepunkteten Unterhosen? Redet sie da schon wieder?« Hermine ging darauf nicht ein, was so viel hieß wie »Egal jetzt, kann ich dir später erzählen.« »Ähm, das ist sehr schön, Luna«, antwortete Hermine. Dann dachte sie daran, was ihr erst gestern zugestoßen war und an die ganzen Gefühle, die der heutige Tag mit sich gebracht hatte. Wut, Trauer, Enttäuschung, Schmerz. Ging es ihr wirklich besser? Doch da waren auch die anderen. Freude, Dankbarkeit, Verbundenheit, Zuneigung und auch Liebe. Verschiedene Arten davon. »Ja, das finde ich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Geburtstag, Hermine. Tschüss, Ginny.« Damit verließ sie die beiden Gryffindor-Mädchen und hüpfte fröhlich davon. »Tschüss, Luna«, rief Ginny ihr noch hinterher, während Hermine schwieg. »Komisch«, murmelte sie. Sie hatte Luna nie davon erzählt, dass sie heute Geburtstag hatte und Ginny ganz sicher auch nicht. Sie hatten Luna ja in letzter Zeit nicht wirklich oft gesehen. »Das kannst du laut sagen«, Ginny schnaubte. »Ich meine, ich hab sie ja echt gern, aber manchmal ist sie schon komisch.« »Nein, nicht deswegen.« »Aber ist jetzt auch egal«, meinte Hermine. Sie fand Luna nicht unbedingt komisch. Luna war einfach etwas anders, besonderer, nicht komisch. Als sie vor dem Bild der fetten Dame ankamen, nannte Ginny das neue Passwort. »Flipendo«, und beide Mädchen kletterten durch das Porträtloch. Als sie schließlich im Gemeinschaftsraum waren, fühlte Hermine augenblicklich ein Unbehagen in ihrem Magen. Irgendetwas lastete plötzlich wieder unheimlich schwer auf ihren Schultern. Ihr Herz zog sich vor Anspannung zusammen. Sie drehte sich um und erkannte, »McLagan«, der seelenruhig auf einem Sessel in der Ecke des Raumes saß. Zwischen ihnen waren auf jeden Fall mehr als sieben Meter Abstand, dennoch bekam sie es mit Panik zu tun. Ihre Atmung ging schneller und ihre Augen fanden keinen ruhigen Punkt, auf den sie sich fixieren konnte. Ginny folgte ihrem Blick und nahm sofort Hermines Hand, um sie zu beruhigen. Dadurch, dass sie das den ganzen Tag mit Draco gemacht hatte, wusste Hermine, dass es in Ordnung war. Ihre Narbe brannte nicht. Sie stellte sich vor, dass es Draco war, der sie gerade hielt, der ihr Halt gab. Ihre Atmung verlangsamte sich und sie schloss die Augen. »Geht's wieder?«, flüsterte Ginny ihr zu. Hermine nickte automatisch, damit Ginny sich nicht noch mehr um sie sorgte. Das war sie ihr schuldig. Sie öffnete die Augen und spürte einen Blick auf sich ruhen, den von McLagan. Sie starrte zurück, konnte sich einfach nicht abwenden. Er verengte seine hässlichen Augen zu schlitzen, um sie wütend anzustarren. Wütend? Er war verdammt nochmal wütend? Er hatte kein Recht, das zu sein. Hermine merkte, wie er ganz heiß wurde. Zorn brannte in ihrem Inneren. Das konnte doch nicht sein Ernst sein. McLagan stand auf einmal auf, ließ alles stehen und liegen und ging die Treppen zu den jungen Schlafseelen hinauf. Er würde in mindestens drei Minuten wieder herunterkommen, um sein Zeug mitzunehmen, das er liegen gelassen hatte. Tasche, Buch, Feder, Pergament. Dieser Schwachkopf. Hermine starrte so lange auf die Sachen, bis sie plötzlich eine Idee hatte. Sie nahm etwas aus ihrer Perlenhantasche, schlich sich zu McLaggans Tasche und steckte es hinein. Ginny blickte sie mit großen Augen an, als sie zurückkam. »Mine, das hast du nicht gerade wirklich getan, oder? Oder?« fragte Ginny erstaunt und grinste dabei. »Ach, ist doch nichts dabei. Komm, wir setzen uns da drüben hin und genießen die Schau.« Hermine lachte und deutete auf die Sessel vor dem Kamin, die praktisch am anderen Ende des Raumes lagen, wodurch sie zwar den Platz von McLagan im Auge behielten, jedoch mehr als zehn Meter zwischen ihnen lagen. Hermine nahm ein Buch heraus, welches sie zurzeit wieder einmal las. Sturmhöhe, um sich damit die Zeit zu vertreiben. Ginny stupste sie ein paar Minuten später an der Schulter an. »Es geht los!«, flüsterte sie mit einer unheimlichen Stimme. Hermine schlug ihr Buch zu und lachte leise. Sie war gespannt, wie er reagieren würde. McLagan ging zurück an seinen Tisch, schob seine Sachen zusammen und wollte sie gerade in die Tasche packen, als er mitten in der Bewegung stoppte. Hermine nahm an, er hatte die kleine Packung entdeckt. Sie konnte erkennen, wie er las, was darauf stand. Die Schachtel an sein Ohr hielt und sie schüttelte. Dabei machte er so eine hässliche Grimasse mit seinem Gesicht, dass Hermine Mühe hatte, sich das Lachen zu verkneifen. Plötzlich ließ McLagan seinen Blick durch den Gemeinschaftsraum wandern. Merlin sei Dank, schauten Ginny und Hermine rechtzeitig weg, wodurch McLagan nicht erkannte, wie sie grinsten. Als Hermine aus dem Augenwinkel sah, dass er sich wieder umgewandt hatte, hob sie den Blick vorsichtig, um ihn weiterhin zu beobachten. Ginny folgte ihrem Beispiel. McLagan öffnete die Schachtel und schüttelte sich einige kleine Toffees auf die Hand. Ginny biss in ihre Faust, damit ja kein Lachen ihren Mund verlassen konnte. Er schnupperte daran und steckte sich schließlich zwei kleine Toffees in den Mund. Ginny schlusslich kaute McLagan, bis er plötzlich mitten in der Bewegung stoppte. Er ließ die Schachtel auf den Boden fallen und fasste sich mit der Hand an den Mund. Und dann schoss es nur so aus ihm heraus. Seine Zunge, um genau zu sein. Diese schwoll über einen Meter an, genau wie es Fred und George entwickelt hatten. Wirkzungen-Toffee. Eine ganze Schachtel davon hatte sie heute Morgen von George zum Geburtstag bekommen und sie dankte Merlin dafür, dass sie sie sofort eingepackt hatte. Nun war es erst recht schwierig, nicht zu lachen, um sich nicht verdächtig zu machen. McLagan versuchte, seine lange Zunge irgendwie hochzuhalten und taumelte aus dem Gemeinschaftsraum. Als er gerade durch das Portraitloch kletterte, hielten es Ginny und Hermine nicht mehr aus. Sie lachten einfach drauf los, so lange, bis Hermine sogar die Tränen über die Wangen liefen. Ginny hielt sich den Bauch und schlug immer wieder freudig auf die Sessellehne. Hermine erinnerte sich nicht daran, wann sie das letzte Mal so gelacht hatte. Hogwarts tat ihr wohl doch gut und vor allem ihre Freunde und die Momente, die sie gemeinsam erlebten. Die mit Ginny, mit Blaze und vor allem die mit Draco. Es waren völlig neue Erfahrungen. Bei ihm fühlte sie so wie noch nie zuvor. Das war so eine gute Idee von dir, Hermine, presste Ginny gerade noch heraus. Ich weiß, antwortete Hermine und lachte schon wieder los. Sie wusste zwar, dass sie hätte Rache nehmen sollen. Richtige Rache und nicht solch einen kleinen Scherz. Aber sie war es leid. War es leid, Rache zu nehmen. War es leid, zu kämpfen. Ihr ganzes Leben lang hatte sie schon gekämpft. Und jetzt war die Zeit für andere Dinge. Schönere Dinge. Zum Beispiel die Zeit, um sich zu verlieben. In einen Jungen mit weißblonden Haaren und silbern funkelnden Augen. In ihren früheren Erzfeind. In Draco Malfoy. Denn jetzt war sich Hermine sicher. Sie war auf jeden Fall in das kleine Frettchen verliebt. Verdammt!